sooo sind alle bereit? Ich nehme einfach die Schrotze ja ok Komm zurück zu TTT wollte ich sein zu sehen okay, tschüss Zwei oh Gott! was? 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 macht den denn nicht wie geil das war raus wie geil das war raus ey nie ist, mach's für Gong nach du guckst das andere YouTube oh Gott läuft, läuft, ich wurde auch ge... hä? hä? was war das denn jetzt? nein was war das denn jetzt? ich werde mal eben kurz was gucken ist hier noch so eine Primary? wahrscheinlich nicht, ne? nein dein Moller ist richtig Primary ja oder Secondary wie auch immer Ansichtssache ich renne jetzt mal durch, ne? tschüss oh, ich guck mal, ist ein Erdnussboy ey, wo seid ihr? ach, die Bühne ist es Tim Leute, ich wollte kurz reden du hast uns betrogen Tim, ich hab Rappling nein, ich hab mich ungeschossen loo, was ist das denn für ein Viech? oh Gott, das ist ein Smoker hä, der sagt doch komisch aus ich höre ich nur Husten da hinten das wird richtig eklig gleich ich glaub wir müssen gleich wieder Kanister sammeln oder sowas oh bitte nicht ne, glaub ich nicht ne, glaub ich nicht oh Gott hattest du ewig nicht mehr gespielt weil ihr immer nicht spielen könnt ich war so, nein, nein gar nicht, ich hab die Gitarre, ich hab die Gitarre Digga dann hatten wir auch schon letztes Mal, du bist langweilig wie kann ich denn, äh, damit spielen? leiten sie die Bühnenbeleuchtung an Tim, du bist rechter Rocker du spielst nicht auf deiner Gitarre du schlägst damit ey, hör doch mal auf Alter Junge, ich hab heute ne Bühnenshow angemacht ja, ich weiß aber das lockt die Leute, die Viecher an die Leute? echt? ich glaub hier gibt's irgendwo Feuerwerk ich glaub hier gibt's irgendwo Feuerwerk ich komm da erstmal irgendwo Feuerwerk, ja irgendwo gibt's hier Feuerwerk okay, die Tür hier ist nur auf der Wand aufgemalt echt? oh lol oh lol okay, ist nochmal vier Heilungen das heißt jeder könnte sich jetzt rein theoretisch heilen ja, ich weiß immer noch nicht was wir machen sollen äh, schleiden wir das Rockkonzert als Signal für den Hubschrauber oh lol nein, warte, warte lass uns erst alles vorbereiten so lass uns irgendwas hier drum herum legen damit wir ähm weil da kommen gleich richtig krasse Waves krasse Waves, alter stellen wir uns alle auf die Bühne oder stellen wir uns hier auf irgendwelche von den LOL komischen Dingern hier an der Seite äh Midnight Riders halt auf, halt auf, halt auf halt auf, halt auf hey Andy, richtige Rider sind hier da Alter, what the fuck die Dinger machen das mit Schaden ach 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 doch, jetzt brenn ich davon vorgemacht ja, ich hab auch irgendwo von dem Feuerwerk gebrannt von dem Feuerwerk nein, die beginnt nicht oh Junge hat ja gut funktioniert komm doch schon die erste Wave ja komm, dann fangen wir auch richtig an jetzt wo geht's los? easy man wie geht's los die Scheiß? und nein, es geht mir nicht los wir müssen das noch strafen richtig verraten na, es stand eben Hilfe in Art verteidigen verteidigt euch Hilfe in Art oder so ja genau oh Junge hoho hoho das noch ist aber voll geil gemacht mit der Musik und so voll geil gemacht mit der Musik und so voll geil gemacht mit der Musik und so bald nehm ich mal meine meine anderen Leuten ich hätte gerne gerade wir hätten auch nicht umlaufen können und mal eben uns Granaten bilden können ja, fast nicht klar wenn man vor die Bühne ein paar Modotovs geht ja nein, ich hab ja hier Modotovs da alles da hin ja, dann wiff doch mal welche vor der Bühne wieso? ich hab ja nichts vor mir auch los da muss ich auch noch welche haben kann ich gedrückt halten jockey 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 auf mich drauf jo jockey 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 auf mich drauf ich spiel grad leicht und vorsichtig ich hab Feuerwehr jockey 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 auf mich drauf ich hab Feuerwehr du 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 ja komm was ist das? trenne ah woher kommt Tank nee schaatsch ah easy ohje du Dududududum Dem jeito wonig er還是 an ich bin vorbei soll ich denna an machen? nein der kommt doch gleich soll doch auf wenigstens kein Kanister sammeln, sondern nur Waves überleben ja, wieder Provi dann ey Tim, kann man sich aufeinander stellen? Kann man sich aufeinander stellen? Kann man so einen Turm bauen ist ja lustig ist bestimmt Gamer Musik Ich brenne Passiert mal Ich hör gar keine Musik Ab geht das Musik an Wir hören coole Musik von den Midnight Riders Ich kenn auch so einen Midnight Rider aber wisst ihr was passiert? Wenn der Rider Ja, ride it Line 1 Ich glaub der hört uns nicht zu Glaub ich auch nicht Also muss er ja auch nicht Hast den kleinen doch, irgendwie harte Legs also Internet Legs Hier ist ein Kanister Wissen denn du, Arschloch Arschloch Ich hab mich grad einfach nur an eine Treppe gesetzt Aua Leute Leute Ich bin grad richtig schlecht Getare Nice Spiel erstmal was cooles Boah ich werd das voll geil gemacht ohne Scheiß Ich will singen Ich will singen Aua Idiot Die Handheber alter Ich glaub ich hilf mich Oben waren noch Midi-Packs Ja Ja Jetzt geht's erstmal ne Ronde Christiane am Mototreff Oh ich brenne Seht ihr? Die Midnight Riders sind echte Lebensritter Jawohl Datsache Oh lol Oh da ist noch ein Digger Einsteigen Ich glaube wir müssen irgendwo hochklettern oder? Oh oh Tank Vielleicht müssen wir echt so einen Turm bauen Aua Tank Tank Ja wo ist der Tank? Oh da Moment Ich bin ein Helikopter Ja ich muss noch Tore retten Aaaaah Gott Ja Das tut ein bisschen weh gerade Mann Leute was seid ihr? Ja tut mir leid Ich musste grad noch Oh Gott Das tut ein bisschen weh Die ist ja nicht oben Die kann nix machen da Ich bin da Boah ihr seid doch scheiße alter Könnt nicht nur noch uns rein Alle beschießen noch was sie sieht da Wie kommen wir da hin? Wie über die Gebühne Wie seid ihr da? Achso da So wird ja reingekommen Alles klar Oh Oh Muss ich jetzt ohne Scheiß jede Stufe hier hoch springen? Wie arfig ist das denn jetzt bitte? Boah könnt ihr euch mal alle verpissen ohne Scheiß? Boah Oh Beine Fresse Besser Alles besucht Ja ja Zu spät alter Oh Andy hast ja auch anders verpasst Oh alter Ich krieg doch zu viel Weißt du eigentlich was passiert wenn ein Schwarm sinkt? Oh Alter Das war's ich Das war's ich Das war's? Ja das war die Kampagne war? Ne Wir haben doch noch eine neue Kampagne oder nicht Wir haben doch ungefähr 20 neue Kampagnen Ja ja ich meine die Also die eine von den neun Kampagnen oder so wie die Ja die ist jetzt durch Ja die ist jetzt durch Gesamtzeitkampagne hat neun zwölf Minuten So wie zwölf Minuten So wie zwölf Minuten Die ganze Kampagne hat zwölf Minuten gedauert Ja Was ist jetzt? Todesfälle Neun 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 Außer gefecht auch der Tor Das ist aber wirklich nur der letzte Abschnitt total affig Bei dem Level was ist da für Wer hat für überspringen gestimmt? Nachkampfkills Tim Böscher 2 Stille Geil Die Charger und die Jockeys und die Spitter hab ich alle gemacht Was will die tun? Am wenigsten Schaden erlitten Scheiße Was will die denn tun? Du bist ja mal in der letzten Reihe Du bist ja der Harley-Carrie der da hinten steht Von seiner Front Die meisten verbildeten beschützt Junge 14 Mal Wo wart ihr? Wo wart ihr als ich wiederbeleben musste? Dagi wo warst du? Dagi wo warst du? Ok Kennst du das nicht? Habt ihr das Tor von Vargas gesehen? Gegen Nein Von Kragas? Von Vargas Gegen Peru Von Kragas? Wir haben grad mal 10 Minuten Dann sollen wir das auch noch die nächste machen Ja Äh Ne das ist aber nicht Doch das willst du Ich lache mir einen ab Ne ich lache mir einen ab Hehehe Den soll ich ganz ehrlich schreiben Alter wieso ist denn der Himmel so gelb draußen? Das ist manchmal witzgewittert Doch das ist ja hier gepiet Gepiet Los mach mal was Nils Sumpffieber Habt ihr aufhandeln? Sumpffieber Seid ihr bekloppt? Normal Boah vielleicht Ja ok warte Mach ich mal Ich mach das besser Ist jeder darum dass ich zu dumm bin Und dann aus Versehen euch immer verletze? Mmmh Oh Experte Dinger Ja ok ok Wollen wir mal einfach probieren? Ne Na jetzt kommt mach mal leicht So selten wie wir zum Aufnehmen kommen Wir werden jetzt auch mal was schaffen Du bist im Putz Ja wir schaffen das Ist die auch noch mal grad zu Ende? Nein Was nein? Ok dann kann ich das leider nicht sagen jetzt Ist erst 10 Minuten gewesen Deswegen machen wir jetzt noch was hinterher Der Tod bringt Heilung Oh Tore ich hab schon gehört Verserst mal diesen Typen anzurufen Pfff Wollt ihr das? Swampfieber Fieber Äh ach Feather Ich hab grad Ich hab grad Meine Mutter hab grad Einen Schlüssel gegeben Einen geblasen Ja Boah alter Was ist mit den Frames los? Ne Jetzt Das war der Schlüssel von einer Kasse Ok Frames habt ihr wieder eingekriegt Find ich gut Und der war in einer Hose Hab ich hier Hahahaha Hahahaha Die besten sind die Wo man selber am meisten mitbeleitet So ein Das war auch kein Witz Das war einfach nur Dummerhin von Tore Boah Hier ist noch der Ihhh hier ist das Diese komische Decke Hahahaha Oh Gott Alter die ist die Drop Jetzt hat so einen geilen Witz auf Moritz Fick dir mal einen Screenshot Hahahaha Wir reden hier einfach über so richtige Scheiße Leon macht da bestimmt einen Cut Leon schneit das bestimmt alles raus Nein Leon kann gar nicht schneiden Hahahaha Wenn er schneidet Dann macht er das mit Rillers live Ich hack einfach mit meiner Schere in den Bildschirm Und wundern mich dann dass er kaputt ist Hahahaha Ich bin nur das Live-Moviemaker Habe ich gesagt Hahahaha Ja was machen wir jetzt? Ich habe eben das wirklich gerecht Wir spielen weiter Wir spielen einfach nur weiter Hahahaha Richtig aber Ah das habe ich irgendwo schon mal gesehen Den Anfang Lol Die mussten die Piloten klicken Wie könnten Sind wir denn jetzt in einem Zug Wenn wir mit dem Hubschrauber abgehauen sind Das gibt voll keinen Sinn Das gibt voll keinen Sinn Wenn sie dann versteckt Dann haben wir Grupp 6 Achso Haha Achso Boah keine AK Ich geh weg Na tschüss Ne ich halt meine Pumpgun Puh Kann mich bestimmt nicht sehen Wenn ich mit Rap damit der Pumpgun Wenn ich eine Maschinenpistole Spray wieder ein bisschen rum Ich schieß mal was aus Na ich nehme auch TMP Oder was passiert Reicht jetzt auch ne? Ey Jungs Jungs Ruhig Hahahaha Hört sich an wie Andi finde ich Hört sich an wie Andi finde ich Der wird hoher ist Mama Eheh Und dann wird der Hunter lang da hinten Eheh Was ist der Jockey? Sparma Garde nach 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 jetzt rausgefunden wie das geht ich dachte das können nur YouTube Partner, das kann auch ich seit 2011 bei YouTube hat er jetzt rausgefunden, dass man Videos am 80% hat ich glaube das kannte man früher nur als YouTube Partner aber kann auch seine Tiere das ergibt doch für keinen Sinn irgendwie nicht, ne? klar war's oh ich glaube, der meinte vor ist das war's ne oder ich beschütze dich oh Gott pff jetzt ist er schon genau dann nachzuladen oh oh Gott gleich mit der Reflexe eines ne ich komme dass wir noch durchfaschen, komm ja okay nur das töten was so nötig ist, okay? aber diesmal haben wir nicht Alice und Alice und Rochelle dabei diesmal machen wir Tore und der mhm das heißt wir haben ein bisschen erschwerter Bedingungen das ist wahr ne nicht die Jokebox drücken oh hier liegt ne Pfanne, ich kann die nehmen ich kann die nicht da hab ich's gedrückt lol voll geil das war's mir mehr okay, lass uns jetzt aufhören uns gegenseitig zu erschießen hast du, ach du hast ne Bratpfanne l provision wo ist die Witch ding 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 boah ich mag die Musik in dem Spiel genau wenn sie dann mal da ist ich hört keinen süß ja nie, ein bisschen Opfer wir lass die Witch vielleicht sagt ihr jetzt, das soll sich nicht Cracken ey sieht voll cool kotzeflasche Ach, geht wieder runter. Prosti, ich seh dich nicht, Alter. Da oben hängt ein Schal. Voll geil. Ja. Voll geil. Viele Waffen. Alter, was ist das? Was ist das für eine MP? Oh, ich mach meine aber lieber. Ich auch. Ich nehm mal die. Tore, die will ich. Hast du behindert? Wieso machst du denn die Witch? Ist die tot? Ja. Hab ich nicht gesehen, dass es die Witch ist. Steht irgendwo. Toast. Gun to village. Das ist so ein Fetisch. Mach das nicht mehr kampfbereit, Mann. Boah, was hämmer die denn so? Die rücken zu den See, jetzt wird geputzt. Ach, das Ding da. Ich will aber rushen. Ey, was passiert, wenn man da reinspringt? Probier's lieber nicht. Das Wasser sieht aber gar nicht mal so scheiße aus. Oh Gott. Oh, was sagt das alles? Oh. Ich komm nicht an Tore ran. Ah doch, okay. Oh, oh. Ja, ich hab ihn wieder rausgeholt. Bin tot. Moment. Oh, alter. Ein hässlicher Kack. Wichs, Joppy, alter. Ich lass dich nicht, Joppy. Ich sterbe. Hilfe, äh, ich heil mich da selber und dann laufen kann eine Million Leute. Halt die Fresse. Ich hab so mit Galen da vorhanden. Ciao, ciao. Alter, warte. Jetzt den kommt langsam. Oh, neu. BAM! BAM! Hä? BAM! Warte. BAM! 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 Ich werd weggezogen. Ah, okay. Oh. Aber nicht schön, JA! Ich seh nichts mehr! Ich bin drin! Wo ist das? Tore? Nach da hinten. Alle aufs Boot! Alle aufs Boot! Alle aufs Boot! Soll ich Tore mal heilen? Ich sollte mich mal heilen! Ja deswegen, ja! Oh! Ich bin grad am heilen! Sorry! Ja und? Tore war mir mein wichtiger! Ich kenn wie ein Typ da so unter der Bank liegt! Wie in echt, Alter! Ist das denn Nils? Ja, wo man mal schläft, ne? Hä? Ja ernsthaft? Hä? Hä, bin ich das? Ja! Achso weil du ins Wasser gefallen bist, bist du verteidigend nicht tot, sondern irgendwie... Das war ja noch nie vorher so, Dior! Wie ist das denn, Alter? Oder spielst du einfach nur unglaublich fair zu uns? Auf und Weise mal! Nein! Das ist immer so! Und, Alter! Und, Alter! So! Nice! Nice! Guckst du jetzt eigentlich aus deiner Sicht, oder? Nein! Könnt ich mal rauslassen, da! Leute aufs Boot! Geil! Ich hab keine Waffe! Wie bist du da reingekommen, Alter? Hier ist noch... Irgendwo! Das ergibt keinen Sinn! Mann, Leon! Das war vorher auch immer noch so! Nein! Ach! Nein! Das was sieht voll gut aus! Alter! Jeder schnappt sich eine Waffe! Ich hab... Ich hab schön eine! Bei mir hat die Sprache geleckt und dann hat sie angehört. Jeder schnappt sich Schnaffe! Jeder schnappt sich einen Affe! Einen Affen? Ne Falafel! Jetzt komm! Was ist Falafel? Ach hier! Geil! Woll ich selber haben gerade! Ich will ne Waffe haben eigentlich gerne! Yes! Was ist das? Die Vibrator! Die Vibrator! Ein Vibrator! Ein Vibrator! Ich wär geil, wenn du mit so nem Dedo als Nahkampfwaffe oder so kämpfen könntest! Wie war hier geht der San Andreas? Oder... Ja! Sands Row! War das weil... San Andreas nicht so, äh... Gab's ne Polizei-Ding? Oder... Oder Weiß City! Genau! Polizei-Klo! In der Dusche glaub ich! Boah dass ich das weiß ey! Ist unglaublich! Jaaaa! Jaaaa! Gettensäge! Alter hast voll so'n Paddel gehabt! Ja Leute! Was wurde ich da von vorher? Ist ne Schade! Oh! Loy! Ich war ja da! Kann der nicht mal fissen? Ey? Leute! Ich steig grad nicht ganz durch! Alter ich hab da so oft drauf geschossen! Alter ich bin grad nicht ganz durchgestiegen wenn ich ehrlich bin! Alter! Ich hab ja... Ich brauch selber Verlegen gerade! Alter! Alter! Jo! Aufsache! Leute! Komm doch mal! Nein! Ist das so schloppt! Was ist das, was bei mir steht bei mir? Ne! Was ist das, was bei mir noch steht Dori? Oh Alter! Weißt du was ne? Hab ich echt keine Lust mehr drauf! Hier ist ne Leiter echt noch wieder hoch! Willst du mir Dori jetzt zurücklassen? Da hab ich ne Black Screen! Hier ist ne Slipper! Hab mal raus! Ultra Hardcore schnelles Slipper! Alter! Vorher ist die Slipper! Drast! 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 Rast! Drast! Ja gut du kannst ja wieder nachschauen! Nice! Ja ich... Ich komm ja nicht so genau hier! Auf Toilette gehen! Ah! Die Spiritsch! Ok Tim jetzt können wir ja erraschen! Was steht da da? Danger! Do not feed! Geht das? Hallo! Andy ist jetzt der Ersatz! Los Andi! Kauf dir mal schnell Live 4 Dead! Kaufe dir mal schnell Live 4 Dead! Urho Ah, wieder mal der Absnacker. Ich traue mich nicht ins Wasser zu gehen, aber ihr seid auch dran. Ich bin schon hier hinten bis weg, ey. Ich bin voll der Sneaker hier, ne? Er kommt erst mal richtig krasse Sumpf-Operationen machen. Nein. Lass den Scheiß! Das ist echt toll, lass den Scheiß. Ja, ist okay. Hier liegt wieder in der Beratung. Das ist ein Auto? Das ist ein Fahrrad. Das ist scheiße. Andi, du konntest eigentlich echt Tore ersetzen. Ich stehe immer in das Team Passwort. Ich muss das Spiel erst mal runterladen. Was? Das ist voll die geile Amosphäre, denn so ein Sumpf. Vorsicht hinter dir! Geile Amosphäre, Vorsicht! Boom. Das war ein bisschen dämlich von mir, glaub ich. kotze Volle, so wie viel war. Ja, weil ich ihn kaputt gemacht hab. Okay. Oh komm, wir rennen so lange weiter. Lange weiter rennen. Ja ne, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass wir einen versehen! Ich hoffe, dass wir einen versehen! So, das hört sich immer so geil an, wenn man auf einmal so die Kettensäge angeht. Ja. Ja. So, hast du in den Safe-Room? Bald mal. Ja. Sag ich doch. Nice. Das ist... Ich nehm' mir noch nicht voll Bock. So läuft die Sache! So läuft die Sache! So läuft die Sache! Geil! Das ist ein guter Gefühl. Hh, Roschel. A-K-A. Du, 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 man. Du, 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 man. Boah, die ist mein Haus. Hä? Ich hab doch mit drauf geballert, weil ich mich verarsch. Hä? Ich mouth-spannte, dieses Woon insumnis. Hä, was hä?! Hä, hä?! Hä? Hä, was hä?! A-Wag! Grrrr, és tho, du, du und da wären wir früher! Na, so removalweise! Guoo, dann machen wir mal beim Schlitten und mal gucken, ob Tomis nicht immer wieder da ist! Da bes CEOsinator ½ Also wegen den Geld näher mehr da. So, der Mosta bei Club Lee irgendwann Quintины republican der Dach Dicher iTunes Von größten Tony, clusters EDA Der besonderen infizierten Messer.